Check-Up, das spezielle Programm für Fitness, Vorsorge und Gesundheit. In der Praxisklinik für Diagnostik und Präventivmedizin in Bornheim. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesundheit. Unser Gesundheitskomplettscheck wird kompakt durchgeführt und dauert nur 3 Stunden. In einem Haus mit zentraler Lage im Rheinland. Zwischen Köln und Bonn, leicht erreichbar über die A555, das Streckennetz der Deutschen Bahn und die Linie 18 aus Köln und Bonn. Ausreichendes Parkplatzangebot direkt vor dem Haus. Ein Haus mit einem außergewöhnlichen architektonischen Konzept. Der Einsatz von Holz und Glas und eine positive Farbgestaltung schaffen eine warme und transparente Atmosphäre. Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Engagierte Mitarbeiter und ein optimales Terminmanagement sorgen für kurze Wartezeiten, eine angenehme Umgebung und eine persönliche Betreuung. Der Patient steht im Mittelpunkt. Unser Check-up beginnt mit einem intensiven Eingangsgespräch, in dem auch eine gegebenenfalls vorliegende Krankheitsvorgeschichte besprochen wird. Eine eingehende internistische Untersuchung steht am Beginn des Programms. Einer der Schwerpunkte die kardiologische Diagnostik. Standard das klassische EKG zur Überprüfung der Herzströme. Mit dem Belastungs-EKG und der sogenannten Stress-Echo-Kardiographie werden unter körperlicher Belastung und unter Einsatz von Ultraschalltechnik die Durchblutung des Herzmuskels sichtbar und können koronare Herzerkrankungen festgestellt werden. An einem von fünf Ultraschallmessplätzen werden die Organe, wie zum Beispiel die Schilddrüse, untersucht. Mit moderner Farbdopplersonographie werden Gefäßverengungen der Blutgefäße erkannt. Auch die Herzklappenfunktionalität wird im Rahmen des Check-up-Programms überprüft. Neu im diagnostischen Angebot der Arteriograph. Mit dieser völlig schmerzlosen Messung lassen sich in wenigen Minuten wesentliche Erkenntnisse über den Druckzustand der Arterien gewinnen. Die Funktion der Venen und das Fließverhalten des Blutes, die sogenannte Hämodynamik, werden mit Infrarottechnik im DPPG untersucht. Auch die Untersuchung der Lungenfunktion und des Lungenvolumens gehören ebenfalls zum Check-up. Mit der Knochendichte-Messung wird die Dichte und der Kalksalzgehalt der Knochen bestimmt. Die Überprüfung der Sinnesorgane, wie zum Beispiel die Messung des Augendrucks oder der Hörfähigkeit, ist Teil des ganzheitlichen Check-ups. Selbstverständlich auch eine eingehende Untersuchung des Blutes. Im eigenen Labor können eine ganze Reihe von Bluttests, besonders auch bei akuten kardiologischen Erkrankungen, direkt vor Ort durchgeführt werden. Für umfassende Laboruntersuchungen arbeitet die Praxisklinik mit renommierten Großlaboren zusammen. Viele Störungen des gesundheitlichen Gleichgewichts hängen mittel- oder unmittelbar mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zusammen. Eine Laktose- oder Fruktoseintoleranz kann mit einem einfachen Atemtest diagnostiziert werden. Alle Ergebnisse werden zusammengetragen und ausgewertet. In einem Abschlussgespräch werden diese Ergebnisse mit dem Patienten ausführlich besprochen und gegebenenfalls notwendige Therapieformen empfohlen. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Unsere Check-up-Programme können dazu beitragen, Erkrankungen im Frühstadium sichtbar zu machen und schwerwiegende Komplikationen schon im Vorfeld zu verhindern. Wir bieten verschiedene Check-up-Programme an. Einmal unseren Komplettcheck, wo je nach individueller Vorgeschichte und Risikofaktoren ein Programm zusammengestellt wird. Wir haben aber auch Standardprogramme wie Check-up-Untersuchungen für Gefäßpatienten, Raucher, für Freizeitsportler oder wir arbeiten auch viel für Leistungssportler. Check-up – das spezielle Programm für Fitness, Vorsorge und Gesundheit. In der Praxisklinik für Diagnostik und Präventivmedizin in Bornheim. DERIN DERIN Untertitelung des ZDF, 2020